um es vorweg zu nehmen nein ich bin nicht sitzen geblieben ja ich habe auch ein bisschen geschlafen aber es war nicht wirklich viel und damit willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten ja bärte später und mehrere graue haare später also das rathaus 15 update ich hätte fast gesagt das schafft mich das schafft mich nicht aber ich schon ganz schön krass aber ich habe auch meine anderen accounts immer so ein bisschen wieder im fokus weil clash of clans macht einfach spaß clash of clans macht einfach spaß ich hatte hier den fans die tage gelevelt und der hatte allerdings bei dem habe ich erstmal die armeelager gemacht weil diese unheimlich günstig waren im hammer event habe ich mir erst gedacht ich mache mal erst schnell die armeelager fertig zwei tage laufzeit und mache dann den rest und der den letzten rest habe ich jetzt eben mal gemacht muss muss allerdings noch einen x bogen rausbringen hier und dann haben wir hier wieder einen schicken neuner würde ich sagen aber wir wollten ja auf den 15er gehen und zwar gab es natürlich gestern nach dem update so ein bisschen ja ich will nicht sagen ein bisschen so was soll das denn ja ja okay die id sie sind alle verschoben nämlich alphabetisch und deswegen ist der toto da ganz ganz unten gelandet und nicht mehr ganz ganz oben jetzt könnte man natürlich sagen ja jetzt benenne ich meine accounts alle oben in 01 02 und so weiter ich glaube das ist nicht notwendig es gibt ganz ganz viele ich nenne es mal so unterschriften die besagen macht das doch so dass der benutzer selber seine reihenfolge sortieren kann wie er seine dörfer dort gerne hätte denn jeder hat da eine gewisse reihenfolge gehabt letztendlich war die reihenfolge immer so dass wenn du ein neues dorf hast das ist war war dann immer das letzte also je nachdem wie du die ids ja einlesen lassen so war die sortierreihenfolge aber ich hatte ja geschrieben im titel ein update oder mein update fahrt oder oder weg also es gibt ja viele viele wie ich habe mir gestern auch den natürlich von zu durch gelesen muss ich sagen der mittlerweile ja der mittlerweile irgendwo hier oben thront gestern habe ich ihn hier noch irgendwo gesehen in local.de der kollege ist nämlich schon 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 fertig mit seinen ganzen sachen aber er hatte natürlich auch recht muss ich ganz klar sagen denn das update hier dass das lebt aus den magischen items ja also das ist max hier max 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 ich glaube ein paar mauren hat er noch offen aber das ist jetzt auch nicht mehr so viel aber die magischen items waren hier natürlich ausschlaggebend je mehr desto schneller desto effektiver desto besser und da hatten wir hier natürlich auch das gesamte rathaus einmal voll haben uns gestern den ja ihr seht das ich habe gestern auch schwer geblutet ich habe gems ausgegeben und das nicht zu knapp knappe 6 7000 ja ich weiß ist ja man auf ganz hohem niveau aber ich bin eigentlich super zufrieden gewesen gestern abend wir haben das ganze ja live gemacht ich hatte wirklich den ganzen tag nichts gemacht und erst mit den zuschauern dann angefangen hier stück für stück abzugreden und was ich eigentlich gemacht habe ich glaube so war es für mich super in ordnung ich habe noch nicht alles ja ich habe noch nicht alles ich habe noch nicht ein defensives gebäude ich habe noch also klar die die beiden neuen defensiven gebäude laufen hier das seht ihr meine bauarbeiter sind auch im moment noch ein noch eine kleine ein kleines bisschen schneller weil ich habe gestern dann zum stream ende noch mal richtig zugeschlagen hier und habe mir glaube ich noch mal zehn bauarbeitertränke gekauft und habe die alle eingeworfen deswegen laufen die hier immer noch ein paar stunden seht ihr da drei stunden noch und letztendlich war mein ziel eigentlich das ziel was ich ganz zu anfang ausgesprochen hatte armeelager ja 320 truppen zu haben das ist nach wie vor so ein bisschen bei mir so ein bisschen der wunschgedanke dann bin ich eigentlich zufrieden ja dann bin ich eigentlich super zufrieden was ich noch was ich mittlerweile gemacht habe oder überhaupt gemacht habe wir haben die kaserne gelevelt wir haben wie die neue truppe bekommen also den elektro titan wir haben mit mit wir sage ich immer also ich habe es getan aber ich habe das mit in zusammenarbeit in verbindung mit den zuschauern gemacht wir haben das pet house gelevelt also ein höher und frosty ist auch schon völlig am level das lag einfach daran dass wir ein bisschen dunkles ich nenne es mal so über hatten keine hat dunkles über aber und ihnen jetzt schon zumindest leveln können wir können ihn jetzt nicht nehmen ja das ist ein bisschen ein bisschen dusselig er ist er ist zwar jetzt schon auswählbar man kann ihnen jetzt schon einen helden zuordnen aber er ist dann nicht da er ist da nicht da macht also keinen sinn wenn wir jetzt noch damit angreifen wir haben natürlich die klaren bucke levelt 50 truppen kleiner tipp da müsste jetzt ein bisschen aufpassen wenn ihr fordert da gehen jetzt zehn hocks rein zehn ballons und so weiter wenn er also fordert und ein ein charakter soll die clan bucke voll machen dann solltet ihr was habe ich jetzt am start ich habe jetzt gleichen luftangriff am start solltet ihr vielleicht nicht zehn ballons nehmen sondern ein drachen reiter und fünf ballons das kann nämlich einer spenden oder aber ohne dass du ein zweites mal vielleicht noch noch fordern muss oder oder holt sie die sachen hier mit den überfallmedaillen rein also nur kleiner tipp am rande denn ist uns gestern oder mir auch gestern oft genug passiert dass ich einfach gesagt habe kommt zehn lund und habe immer gedacht wieso kommen da immer nur neun rein klar ich kann ja nur neu truppen spenden den zehnten da muss er dann noch mal fordern ja oder muss halt ein anderer charakter machen bestimmt schon kein thema aber gestern haben sind sind auch wirklich so paar sachen hier wieder wild passiert wissen so ein klassiker der klaren burg voll und toto freut sich auf den sterne bonus hatte auch gekriegt 4,2 millionen und 21.000 dunkles weil ich noch in titan 1 war ich habe ein bisschen gedroppt weil ich kurz vor der legende war und da wollte ich in jedem fall nicht rein rutschen und ja und dann sammle ich das weiß ich krieg den sterne bonus und der sterne bonus geht einfach mal so ins nichts ja also auch da aufpassen gerade jetzt in der zeit wo abgedatet wird beziehungsweise wo ihr so einen netten bonus habt hier beziehungsweise wo ihr alle im moment den sterne bonus haben alle haben ja im moment in vier den vierfachen sterne bonus dass die klaren burg auch immer leer ist gerade wenn ich k spielt und so weiter dann geht das ganz schnell ist das ding voll auch wenn das rathaus jetzt gelevelt ist das rathaus haben wir erstmal nicht weitergelevelt das kann auch glaube ich erstmal so bleiben wir haben an den neuen oder wir haben die beiden neuen defensiven gebäude die beiden zaubertürme vermutlich mache ich mir der ein von fertig in drei stunden mal sehen damit ich ein bauarbeiter bekomme wir haben den monolithen auch schon am start der liefen liefen bisschen länger und ist dann auch ein bisschen teurer zu jammer aber ich muss jetzt wirklich sagen nachdem ich gestern so reinge reingebett habe mit jams 4192 jetzt gar nicht mehr viel das ist das witzige und wir haben alle drei oder wir haben wir haben schon am start drei arme lager die jetzt hier level also auch da sind wir auf dem super super weg 1015 das ist jetzt auch nicht mehr so lange ich glaube die können auch so durchlaufen mal sehen ich habe also kein lager gemacht kein gar nichts obwohl man die hätte vielleicht etwas eher machen sollen damit dann noch ein bisschen mehr reingeht die level ich dann als aller aller nächstes und ich hatte ich mir dann aber vorgenommen dass wir auch immer ein defensives gebäude mitnehmen damit wir natürlich in der verteidigung schon mal ein bisschen besser aufgestellt sind denn im moment ist das noch ein rathaus 14 mit den drei neuen defensiven gebäuden und mehr nicht was haben wir noch gemacht wir haben geforscht gestern wir haben geforscht wie die irren wir haben natürlich hier die zauberschlüssel hochgehoben ja wir wollten natürlich oder ich wollte natürlich unbedingt den zauber haben und er ist mega ist einfach fanny habe gestern gesehen wie ich tränen vergoldet habe hier weil ich über diesen zauber so ablachen musste weil er einfach so super ist dann haben wir ein bisschen geforscht wir haben haben natürlich im moment max truppen dadurch dass wir den bus haben wenn ihr das labor habt dann habt ihr die fünf tage auch max truppen aber wir haben schon so ein ganz kleines bisschen bisschen vorgearbeitet das heißt wir haben die drachen schon also die elektro dachen schon auf max level wir haben jetzt muss ich mal eben schauen den neuen zauber schon auf max level ja wir haben ich habe dafür alle magischen items verbraucht und hämmer auch verbraucht und so weiter ich glaube hier hinten haben wir noch nichts gemacht doch wir haben die wir haben die hexen gelevelt wir haben die hexen gelevelt damit wir die neuen superhexen bekommen die sind nämlich auch mega und gerade die ich fand die sind mega in verbindung mit den mit mit der neuen truppe also mit dem heißt ja eigentlich in deutsch in deutsch heißt die neue truppe ja wie heißt sie wieso steht auf level zwei verbessern wieso gibt es keine info die truppe hat keinen namen okay hatte wirklich keine truppen namen ja die truppe hat keinen namen wie kriegt man jetzt den namen dieser truppe raus elektro titan glaube ich heißt eine elektro titan und die sind unheimlich stark also kann man nicht anders sagen das große große problem ist hier zu anfang elixir weil alles kostet elixir und weil alles halt elixir kostet war das elixir natürlich irgendwann alle ich war sogar genötigt dass ich mir die elix runde für 1500 gems aus dem shop gekauft habe und als als wir dann gestern den stream ausgemacht haben nachdem ich auch eine stunde 40 überzogen hatte ich wollte eigentlich nur drei stunden stream aus drei stunden wir wurden dann auch gleich wieder vier stunden 40 oder so habe ich gesagt leute der pass ist ja morgen wieder da ja dann kann ich ja wieder eine elix runde kaufen nein es gibt der bauarbeiter elix runde ja schade auch aber es gibt wieder ein heldenbuch zu kaufen es gibt ein hammer des baums auch den habe ich mir gestern abend einmal gegönnt damit wir ein bisschen was fertigstellen konnten also alles nicht mehr so teuer ich meine zumindest alles billiger als dass du hättest hätten müssen ja also dann sind die 925 natürlich günstiger seht ihr selber hier als der monolith den ich dann hätte durch gejammt oder so ja also das war so ein bisschen mein update fahrt und deswegen bin ich eigentlich bin ich eigentlich zufrieden haben wir natürlich auch schon ein bisschen gelevelt ist mittlerweile 83 die ist halt am schnellsten auch wieder oben auf 85 wir haben ich habe nichts mehr gekauft erst mal ja da habe ich noch ein bisschen die finger von gelassen haben ein paar tage zeit aber ich habe hier bis auf 974 auch hier ein bisschen zugeschlagen ja ein bisschen gold gekauft wir ein bisschen elex gekauft ich habe bauarbeiter tränke gekauft und so weiter und da haben wir auch viel viel rein investiert ihr seht ihr meine hammer haben alle timer also die magischen items sind hier wirklich das a und o wenn so ein update rauskommt und auch an den überfallmedaillen habe ich mich ein bisschen weg gekauft aber dunkles für gekauft hier damit war ein bisschen was machen konnten und das zeug muss ja auch mal raus muss ja auch mal raus und ihr seht selber wenn ich jetzt mal hier rein gucke es ist schon ein bisschen dünner geworden ich habe immer noch ein paar sachen heldenhammer für die queen auf auf 85 denke ich mal ein mauerring fehlt mir noch dann kann ich wieder eine mauer machen ich habe auch schon ein paar mauern gemacht ja ohne des goldes also der goldhahn fließt hier nicht so schnell zu erst mal weil wir die defensive noch nicht gemacht haben wie der elexhahn aber der elexhahn ist echt er ist einfach mal weg und beziehungsweise der elexhahn ist nicht weg sondern wir brauchen halt eine ganze ganze masse elixier ok zwölf minuten nur umgelabert wir gehen mal in die suche rein gestern abend war die suche krampf ja gestern abend war die suchen krampf denn in titan 1 irgendwie haben gestern alle gespielt irgendwie haben alle gespielt und ihr seht auch jetzt wieder die lupe ich habe gestern abend auch einen kleinen affen gekriegt muss ich sagen denn erst mal war nicht so viel looter ich meine er hat ein bisschen ein bisschen wenig dunkles aber es war es war erst mal sehr sehr wenig looter und die lupe war ohne ende lange und dadurch habe ich die eigentlich meine boostränke fast unnütze verbraucht denn so schnell meine truppen dann natürlich auch wieder fertig sind in der kaserne in der einen kaserne die man ja nur noch hat so so schnell war die zeit dann auch beim suchen weg ja ihr seht das jetzt auch dass die suche immer so ein ganz kleines bisschen dauert und nicht so wirklich viel looter ist ich glaube ich so jetzt mal was na bitte 700.000 na bitte geht doch ok 700.000 den nehmen wir mal mit jetzt ist das elix natürlich da außen das ist nicht so schlimm aber dafür habe ich hier ungefähr jetzt na ich sag mal so knappe zehn minuten glaube ich gesucht und im moment sind natürlich alle die auf ratus 15 gegangen sind elix also haben wenig weniger elixir weil sie halt alle das elixir brauchen aber so ein können wir ganz gerne mitnehmen hier ich muss mich nur gerade noch mal überlegen wie wir da gestern eigentlich vorgegangen sind ich glaube wir haben ja immer oder wir haben ja mit dem klonsrauber ein bisschen gearbeitet und haben hier mit den helden gearbeitet der hält steht richtig der held muss mit rein das schon mal nicht schlecht die helden sind unheimlich stark auf 85 meine herr geht gar nicht so mauerbrecher hier mit drin und den king erstmal geschafft dort mal sehen wie weit unser jetziger king hier kommt und ob die queen denn auch richtung vielleicht noch richtung adler geht wäre ganz schick oder sie geht halt doch woanders her mal sehen wo die jetzt her geht geht sie rum ja die geht rum sehr schön aber ich glaube die kommt nicht an den adler ran oder doch kommt jedoch an den adler ran ja das ist gut ok die queen kommt an den adler ran dann nehmen wir die queen jetzt auf einer anderen seite wir haben jetzt den unsichtbarkeit zauber genommen adler ist schon mal weg ja adler schon mal weg und dann lassen wir die queen würde ich sagen noch nicht raus das was ich gestern natürlich auch immer hatte ist ein kleines zeitproblem ist natürlich ein kleines zeitproblem wenn du hier immer erst überlegen was mache ich jetzt mit dem zauber ja kann natürlich immer ein kleines kleines zeitliches problem sein an der stelle und dann nehmen wir jetzt mal schon mal dass das schiffchen mit rein den royal champion hier und dann kann die meute losgehen die drachen sind unheimlich stark leute wirklich die sind fiesester kajütte hätte ich mal fast fast gesagt so wir können hier hinten da aber unsere queen wieder raus lassen das ist wirklich sehr cool wir können hier die queen noch mal raus lassen haben hier unten noch ein zauber und dann seht ihr dass die ganz gut ballern jetzt kann man natürlich wieder sagen okay der hatte wieder keine klanburg und aber ihr habt gesehen wie wie man auch mit dem zauber hantieren kann ja queen hat den adler nur weggemacht und ich hatte gestern auch erst mit dem zauber so ein bisschen meine meine kleinen problemchen nur weil wir brechen gleich gar nicht doch für ich glaube ich breche den angriff jetzt gleich ab also wir hätten den ja in jedem fall jetzt locker geschafft oder naja 21 pokale geht noch ich wollte eigentlich nicht so viel pokale haben deswegen habe ich gestern dann auch ein paar angriffe einfach abgebrochen damit ich nicht so viel bekam und aber ich möchte ganz gern so in titen drei und zwei bleiben aber ihr habt das gesehen und gestern wie gesagt habe ich mich mit den unsichtbarkeit zauber erst noch ein bisschen schwer getan so die ersten zwei drei angriffe damit waren ein bisschen komisch aber dann bekommt man so ein bisschen das gefühl dafür und 700.000 ist natürlich schon mal sehr schick streng genommen wollte ich jetzt so ein bisschen mit den kobolden weiter fahren aber ich habe so tagsüber jetzt überhaupt keine not und die truppen kosten ja gar keine ressourcen mehr sie kosten ja nichts mehr und deswegen okay 43 minuten ist natürlich was anderes als 35 oder hier unten mit vielen kobolden und ein bisschen batsch 24 minuten 28 27 28 35 ja das ist jetzt nicht so schlimm wir können das ruhig noch mal bauen weil es kostet kostet ja nichts und den nächsten den wir allerdings hier haben ist der hier ich lasse mir mal eben truppen spenden und dann auch hier habe ich gestern ein bisschen anders angefragt weil auch immer wieder die fragen kam ja in der defensive kann ich euch noch nicht genau sagen was man hier rein nimmt am effektivsten sagen wir mal so aber in der offens geht hier rein ein barbar ein lohn und ein super mauerbrecher ob die waren gestern immer ganz ganz erfolgreich hier diese truppe hier und das kann auch wieder einer spenden und dann würde ich sagen mal einen kurzen cut der ist wirklich ultra kurz weil wir wollen ja auch wieder in die suche reingehen und dann gucken wir uns auch die andere neue truppe an und dann habt ihr auch gesehen mit was wir uns gestern vor allen dingen auch im stream beschäftigt haben also bis gleich okay den habe ich jetzt ein bisschen schneller gefunden aber der klassiker der mir gestern wieder oder immer wieder passiert ist dass ich den worten habe vergessen umzustellen und wir haben gestern die tränen gelacht natürlich gar keine frage haben die tränen gelacht denn ich habe dann immer mit dem mit dem worten gestartet quasi ich mach mal so ne also mit dem worten gestartet hau die heiler dahinter und denke so wieso stehen die da noch rum das war gestern oftmals ehrlich der klar also so was dass mir das auch so häufig passiert ist das ist war unglaublich das problem was man jetzt haben wenn wir gleich den den worten weg beamen ist folgendes wir kriegen nicht alle heiler mit wir kriegen nicht alle heiler mit wir müssen wir müssen immer ein heiler weniger setzen so will ich mal sagen aber der kann erst mal arbeiten wir müssen jetzt gleich aber auch wieder ein bisschen bisschen schneller sein mit der ganzen sache hier und zwar machen wir das einfach mal so weg die weg die und ziehen den gleichen wieder rein hier und zwar von hier oben ziehen wir den gleich wieder rein dann kann er da weitermachen seht ihr das sind sogar zwei heiler die da auf der strecke bleiben ja also vielleicht muss man dann erst mal mit drei heiler kämpfen weil die heiler kriegen jetzt schon so ein bisschen beschuss hier kriegen jetzt schon leicht so ein ganz ganz bisschen beschuss okay aber wir haben schon mal ganz ganz gut gefahren würde ich jetzt mal so sagen und ziehen einfach mal so die mauerbrecher rein damit unser hell so ein bisschen entgegen kommt und nehmen wir jetzt den worten mal so ein bisschen in gut dass er sich vielleicht um den king kümmert machte aber nicht ist nicht so schlimm wir können hier schon rein mit unseren truppen mit der neuen truppe die tag die teilten sehen auch mit ziehen wir mit rein und jetzt kriegt der worten hier gerade so ein bisschen lack okay lass doch mal mein wort in ruhe so wirklich ein bisschen lack da was aber jetzt erst erstmal nicht so schlimm ist und wir lassen die jetzt mal laufen meine karre ist schon kaputt da okay meine karre ist das schon kaputt meine truppen laufen hier ein rum die sollten vielleicht wieder reingehen wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht wo ist der world champion ist da okay wir giften wir ein bisschen weg macht der world champion den adler einzig weg da na komm mal erst die queen okay warum die läuft die läuft jetzt weg leute läuft doch nicht weg jetzt ist der adler weg hier nochmal schade den world champion hätten wir hätten wir im feld lassen können aber wir haben ein bisschen elex haben wir schon bekommen 1 2 3 nehmen wir mal mit und jetzt kann der king hier noch ein bisschen reingehen richtung rathaus wo ist die queen die queen eier da oben an der tornado falle rum okay muss ich jetzt auch mal kurz mal zünden klar riesenbombe soll es auch anders sein und am rathaus was ist denn da eigentlich am rathaus oder sind noch da sind die die elektro titans auch wir haben das rathaus sogar gekriegt ja unheimlich starke truppe ihr seht das hier mit der kleinen aura werden jetzt sogar geheilt und in der kleinen single entfernung sterben die natürlich aber trotzdem hier unten ist auch noch ja super truppe echt super passiert was hier richtig gut ins spiel aber immer wieder time fail ja auch das war gestern immer wieder ich habe immer wieder ein time film gelegt da muss man natürlich gucken gerade mit dem unsichtbarkeit sauer verliert man wertvolle sekunden unter umständen das muss ein bisschen schneller gehen dann da müssen wir mal da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten muss ich sagen aber es macht unheimlich spaß das zu spielen und dass das glaube ich da sagen alle ja das ist echt so es macht einfach nur bock da es macht einfach nur unheimlich bock hier clash of clans wieder wieder so richtig tiefgründig zu suchten ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen ich bleibe jetzt sitzen machen eine folge für morgen da geht es aber um so ein bisschen was anderes und also auch da nicht denken der tutu zieht sich ja nie um oder so ich bleibe jetzt einfach mal sitzen machen eine folge für morgen und da geht es aber mal um so ein bisschen was ganz ganz anderes lasst die armeen einfach bauen dann können wir ein bisschen weiter fahren und dann sehen wir uns in weiteren videos würde ich sagen vielen dank für eure aufmerksamkeit ich hoffe euer update fahrt war oder war oder start update start war ich sag mal genauso erfolgreich wie meine also ich bin für mich als cashspieler super super zufrieden und vielen dank noch mal die zuschauer von gestern abend die mir da natürlich ein bisschen unter die arme gegriffen haben ja aber dennoch glaube ich war das ein ganz gelungener abend und dann sehen wir uns in weiteren videos und live streams bis dahin georgia euer tuto clashed ich